Was denn hier ist los? Schon wieder ist es kaputt gegangen. Ganz im Brudefeld auseinander. Hallo Freunde, willkommen wieder bei einer neuen Folge von den Sims. Wir, ja, meine beiden Sims sind im Moment noch am Knacken. Und der Tag beginnt. Also, ich hab jetzt einfach nur den Schlafrhythmus da rausgenommen. Also, dann hab ich das euch nicht gezeigt. Und so halt ich das auch noch zu... Die pennen ja nur sehr, sehr spannend. Vielleicht sollte man hier auch noch ein Bild aufhängen, oder? Die Wand sieht nämlich auch noch so kahl aus. An die ganze Wand. Können wir auf jeden Fall noch die ganze Wand verschönern. Aber ich warte eigentlich, bis die dann auch so Level 10 ist. Dann bringt es doch auch was. Will ich das ja nicht verkaufen? Und dann noch verkaufen? Keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. Ähm, ja. Die pennen immer noch. Na gut, jetzt ist sie wach. Jetzt sollte ich schon wieder mich verklicken. Gut. Ähm, so eben. Was ist denn von der Idee, die morgendliche Morgenhygiene zu starten? Was gesehen ist in Gemäldekränen? Ja, das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Ich könnte ja eigentlich hier in die Küche auch noch und so. Aber ich weiß nicht so, ob das so gut ist, wenn man hier Gemälde in die Küche aufhängt. Hier würde ich vielleicht sagen, ja, okay. Äh, ist es noch gerechtfertigt? Mal hier die Wände hoch. Ja, zum Beispiel hier würde es gehen. Bitte nicht. Wat? Wat? Was ist kaputt? Was ist jetzt kaputt? Hm? Was hast du denn? Jo. Lesen ist immer gut. Aber ich bin eigentlich eher dafür, dass wir das Frühstück servieren. Äh, wir könnten eigentlich mal wieder was anderes machen, außer nur Eier und Toast. Oh, Moment. Ich würde mich mal kratzen. Gut. Ja. Ja, wenn es juckt, heißt es auch immer, sollen wir sich waschen und so. Gut, ich habe mich jetzt zum Glück gewaschen. Bin ja auch immer ein feiner Mann. Also, ein hygienischer Mann. Oder, ne, reiniger Mann, sagt man. So. Okay. Gut. Da rein. Und. Eier und Toast voraussetzen. Oh ja, stimmt. Die muss arbeiten. Ich habe es komplett vergessen. Ich nehme mal Gas. So. Dass sie gleich arbeiten gehen müssen, das habe ich fast vergessen. So, ich hoffe, die kommt jetzt wenigstens pünktlich. Genau. Gut. Zeit zum Essen ist ja noch da. Ja, leider siehst du, dann hat die Mann nicht. Aber, hier, Kanal schauen. Guck mal, die Kanal. Hier ist noch ein bisschen ein Dings hoch. Komm. Genau. Lass dich da hin, vor der Glotze. Lass noch essen. Oh, guckt aber. Heute immer das gleiche im Fernsehen, ne? Ja, ich glaube, du musst immer langsam auf die Arbeit. So. Genau. Viel zu spät zwar, aber egal. Jemand verrückt anfuckeln. Okay, das kann sie nämlich alles machen. So, Greeny ist wach. Das Frühstück steht. So muss es sein. Okay. Kannst du auf jeden Fall hier auch. Er hat wieder seine Morgenhygiene. So, wie sich das gehört. Blas ist leer. Ein Gericht nehmen. Ja, und dann weiß ich noch gar nicht, was wir machen. Wir müssen auf jeden Fall hier noch... Ach so. Der hat hier noch den... Ja, okay. Damit ist ja wohl geklärt, was wir ja auf jeden Fall danach machen. Wenn ich mich echt blöd finde, jetzt. So. Auch du kannst dich hier vor den Fernsehkanal schauen. Machen wir Kinderkanal. Das müssen wir auf jeden Fall mal abwechselnd haben, nicht nur über Comedy. Komm. So. Was haben wir denn hier Kinderkanal? Okay. Okay. Ja. Sehr ausgesprochenes unterhaltsames Kinderprogramm. hm 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 ja hm wir machen aber auch immer nur das gleiche ok komm schwur mal ne Stück vor so gut dann gucken wir mal das ist ja immer noch fertig mit dem Essen dann auf jeden Fall das ganze danach das Ding hier aufräumen den Tellerchen aufräumen und dann darfst du mal hier reparieren ich nehme deine Frau genau ich nehme den Anteil auch mit bravabob ich muss mir glaube ich irgendwann mal hier ich glaube ich kann ja ich habe ja so Tunik-Teile die kann ich ja obwohl ne warte ich warte bis ich ins Haus umziehen dann kann ich das Ding verbessern dann fallen die ja nicht mehr ganz so schnell auseinander was mir ist los schon wieder ist kaputt gegangen ganze Bude fällt auseinander ja genau genau das ist das was ich jetzt gemeint habe so die ganze Bude fällt wirklich auseinander reparieren überall überall diese Wasserschäden unglaublich das ist auch noch kurz vor der Arbeit das braucht glaube ich niemand und na komm was der Zug zu zu Zeit muss ja nicht fast vielleicht ein Supermechaniker sein ich das mich nicht so alles täuscht er wird eigentlich was anderes machen ich will auf jeden Fall nochmal seine Freunde russkillen aber ähm ja das zum Müll Ja, ich weiß. Aber es war schon überfällig und so, dass hier die Bude auseinanderfällt. Okay, komm. Nicht hier hingehen. Ja, beschwöch nicht, sondern wirf selber weg. Gut. Dann kann sich auch mal den Müll leeren und so, dann schick ich dich nochmal unter die Dusche um. Was hat er dann eigentlich noch so für Aufgaben, Tagesaufgaben? Hier Freunde haben... Ah, muss ich auf jeden Fall wirklich mal gucken, dass ich diese immer hochkriege. Gut. Ähm, die Rechnung, haben wir die Rechnung schon bezahlt? Ja. Was bekommen? Nee. Ähm, was soll mir hier jemand ein Kompliment machen? Was soll ich jetzt angeregt nehmen? Okay. Er futtert wirklich nur die ganze Zeit. Ist unglaublich. Aber wenn er denn das macht, dann möchte ich wenigstens, dass er dann hier noch vorne guckt. Damit auch schön immer die Spaßleiste oben ist. Ja, komm mal hin jetzt. Greenie, auch geht's. Schmeiß ich mal aufs Ova drauf. Was willst du denn nicht gleich hier machen? Den danach verwenden. Duschen. Ah, ich weiß, eine frische Dusche. Genau. Dann ist er auf jeden Fall wieder Energie geladen. Oh, boah. Mööö. Na, das gibt's doch nicht. Hätte er doch mal wenigstens das Ding hier aufräumen können. Sonst macht das auch immer. Na, das war schmeckens wie neu. Das war quadratisch, aber neu. Die Bücher sind halt auch so richtig komisch trist. Das ist auch so richtig uncool eigentlich. Aber naja. Genau, den Teller aufräumen. Dann soll ich ihn vielleicht noch eine Runde spielen lassen. Ich glaub, das passt gar nicht von der Zeit mehr her. Schade. Oh ja, jetzt ist richtig wenigstens Energie geladen. Hm. Ja, ist ja aber leider niemand da. Oder doch? Ich geh mal raus. Ich geh mal raus. Hier hingehen. Irgendjemand wieder wir schon finden. Der unsere Story hören möchte. Der Blumen habe ich jetzt zum Glück nicht da. Wo ist er denn? Hier. Können wir hier hin? Hier hin. Ah, guck mal. Können wir doch die hier mal abfangen. Na. Hier hingehen. Oder. Na komm. Gehen wir doch noch. Stopp. Stopp. So. Einhalten. Ähm. Freundlich vorstellen. Na nochmal. Queen und Eva kennt sich nicht. Ah, das ist die eine da. Den haben wir hier. Bella Grusel. Sehr inspirierender Name. Von Interessenschwärm. Kenn ich zwar noch nicht, aber egal. Äh, was haben wir noch? Die Gäbel von Interessenschwärm. Haben wir doch gemacht, oder? Sehr schön. Na zu kommen. Was haben wir hier noch? Zuspruch geben. Ich glaube, nee, ist man jetzt nicht kurz vor der Arbeit. Kann man nicht. Irgendwann ist das Energieladen. Hier stand voll spüren. Können wir das nämlich auch mal machen bei ihr? Hat sie Bock drauf? Warum hilft da? Ja, wunderbar. Neust. So, da können wir uns ihr nämlich auch mal ruhig vorstellen. Ja, geht doch. Inka aber auch noch nicht. ich kann uns das auch mal vorstellen läuft oder mit den kleinen hier kannst du auch vorstellen genau das muss zur arbeit gehen zur arbeit gehen ok so es ist nämlich schon was gedacht dass du das tust drauf was ich hab's ja gesagt was kommen wir denn jetzt für die gute den tun ok ich sehe schon verwenden jemand ein kompliment machen ja 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 und dann was machen wir denn noch hat er nur ein hashtag gefunden und andere die zaubernd vorstellen ok ja sehr gut freut mich was mache ich jetzt mit ihr noch und so genau hände waschen und dann lass es auf jeden fall auch noch was essen sondern hier ein gourmet menü abend das servieren für stacos und dann auf dem vergleich hier von den fernseher vom sofa oder vom fernseher sich hinlegen nein ja so viel da dazu als ob ich aber langsam irgendwie auch die faxen dicke ok ich muss wohl reparieren ich komme gar nicht drumherum ich fand das jetzt nicht so toll aber jetzt kommt die pfanne und da geht es nämlich los ok genau ich freue die glotze reparieren und aufwischen was guckst du denn glubadon glubadon sport ja auf jeden fall schon versenkt 64 zu keine ahnung was für uns alles ist ja wohl die geht ab als prinzessin kardivit dreht sich und dreht sich und dreht sich jetzt ist auch das basketball yeah ooooh manch gut und wie sieht es mit ihr aus alter das sei ja ganz ungesund aus und wie sieht es auch beim tischstellen was da passiert mhm jo ok das ist nicht so spannend was haben wir hier äh einfach die glotze hier so ausgemacht und so unglaublich ok nehmen wir auswischen und danach aufwischen und aufrollen eine frische dusche nehmen das haben die eigentlich alles im kühlschrank milch milch dosen wirklich große auswahl viel tupperware doch vom chinesen ist auch noch was dabei so warte mal teile blündern wie lange hält sich das eigentlich jetzt hier wieder ach schon ein jahr reicht bis green wieder kommt dann hat er auf jeden fall wieder was zu essen was muss ich denn jetzt eigentlich als nächstes machen damit die wieder hochkommen zweimal kundreferenzen erfolgreich durchforsten klick auf an kann wieder aufwählen alle fliege forschen die interaktion kundestöchern mit for- wollen wir in der kategorie büro erworben werden ok alles klar können wir nämlich auch mal machen wegwerfen mhm mhm leistung ein bisschen mehr leistung im Moment das war gemälde anfertigen nicht begonnen ähm genau duschen 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 das muss man okay ganz normal so wie es davor auch Bedürfnisse Umhhmmm mhm mmhm mình H Absolutely love the Charis妙. Fähigkeit indicate 11219 Karriere. Was haben wir hier? Charisma. Nee? Was wollte ich hier machen? Meh-Auswahl. Kontakte knüpfen. Meh-Auswahl. Comedy. Karriere. Was haben wir als Karriere? Job suchen? Neen. Eeh schreiben charisma soziales netzwerk ne machen wir jetzt keine als facebook was ist denn das jetzt? also zweimal klick auf den computer und wähle eine kategorie forschen ruhig das denn forschen muss ich auch mal gucken was hier mehr auswahl web recherchieren ist es doch oder? kunstreferenzen recherchieren gut ich kann es auf jeden Fall mal machen hat sie jetzt schon das erste? na geben wir mal Gas man müsste ja gleich kommen Nummer 1 inspiriert ok die Mehle beenden das machen wir nämlich ich schick sie jetzt erstmal ins Bett oder? 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 komm große abstraxkemele fortsetzen und dann ins Bett da fehlt ja nicht mehr so viel mhm gut ist fertig leine mal den rahmen und am sammler verkaufen komm mal du ach sogar 212 dollar und sowas wollen wir mehr hier jetzt mal ins Bettchen genau was haben wir hier? kannst du wirklich im museum betrachten dann das werden wir nämlich auch mal machen das werden wir nämlich auch mal machen und wo haben wir green? green wo bist du denn? bist du jetzt gejoggt oder das? unglaublich richtig hardcore der mann ähm Fischtaghaus essen ein gericht nehmen jemanden ein compliment machen jemanden küssen ja das müssen wir nämlich erstmal machen heute ist aber zwei tage noch dann muss er dann hat er frei dann müssen wir endlich mal da die freunde zusammen bekommen sonst ist ja echt nervig dann kriegen wir nämlich auch mal hoch und dann rollt der rubel meine freunde gas 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 ich bin so angespannt ein bisschen ein bisschen ist angespannt ist doch hier eigentlich doch fernseh gucken können oder kanal schauen komm in die kanal äh jetzt aber hier gut dann räumen wir auf aufräumen auch das aufräumen pipi machen verwenden genau komm bisschen schneller hier das ist nämlich auch ins bett ah jetzt sehe ich hier was hier nämlich auch das problem ist machen wir die dusche auf jeden Fall sauber machen ne machst du hier nämlich nicht äh ich habe aber noch eine gute idee was wir auf jeden Fall machen können wir können auf jeden Fall noch die dusche sauber machen komm mach die dusche sauber und dann auf jeden Fall ins Bett das wäre jetzt nicht unbedingt so die grad die spaßigste aktion hm aber was können wir denn noch machen dampf in die dusche blockett nachdenken in die dusche hm hm ja komm noch eine komplette dusche das ist natürlich wenigstens gut hm hm ja ja das ist der kokett sehr schön und jetzt gehst du ab ins Bett schlafen und dann da hingeschlafen ok freunde ich würde sagen das war's für diese Folge von dieser Folge hier oh man und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder jetzt bin ich selber auch schon müde dabei zugucken ich sag dir mal bis dahin tschö mit Ö tschö